herzlich willkommen zu einem weiteren part paper mario wir haben wieder die sicht von der prinzessin peach und weiter geht es im geschehen und hilda was ist los du hast den kerl immer noch nicht erledigt er ist doch stärker als wir dachten begreift es endlich wir kozionen müssen das legendäre tor zuerst öffnen das nächste mal kriegen wir ihn dran diesmal haben wir eine unschlagbare geheimwaffe ich nehme dich beim wort verlass dich auf uns gehen wir roberta barbara ja ganz schön langweilig diese leute haben mich auch gar nicht mehr nach dir nach der karte gefragt ob das wohl wieder tisch ist guten tag ich weiß nie wann du mich wieder rufst was gibt es diesmal ich möchte dass du kutius gehst und etwas für mich fragst was soll das heißen habe vor kurzem beunruhigende informationen erhalten du bist der hauptcomputer wie kannst du wie kann es etwas geben dass du nicht verstehst meine prozessoren verstehen nur die programmierten inhalte muss deshalb was kutius über eine bestimmte sache denkt aber sie werden mich unterwegs erwischen und zurückbringen nimm den fahrstuhl oben ist das zimmer der wachen dort findest du die uniformen der wachen ziehe eine davon an dann siehst du aus wie einer seiner leute geh wenn du zu kutius gehst ich soll mich also verkleiden er sendert sicherlich nichts wenn ich dir sage dass ich es nicht mag korrekt na gut und was soll ich kutius fragen frage ihn was denkt sich dieser techno ein seltsamer computer hier soll ich sicher einsteigen bitte warten draußen befindet sich zeit einer wache was jetzt steige aus zimmer befindet sich rechts grütes licht beachten zieh dich hier um im sprang befindet findest du eine uniform was das ist die uniform und die soll ich anziehen korrekt ganz schön eng und stinken tut das fertig perfekt herr general was gibt es also die prinzessin was soll aus ihr werden deine stimme klingt irgendwie seltsam na egal die prinzessin es gibt nicht was sie mir noch sagen könnte sie bleibt auf ihrem zimmer aber seid auf keinen fall grob zu ihr sagt das auch den anderen aber weshalb halten wir sie gefangen das geht dich gar nichts an kümmert euch lieber darum wie wir an den legendären schatz kommen wir brauchen den schatz um die welt zu erobern die welt erobern mit einem legendären schatz was was faselst du da du bist wirklich seltsam nein alles in ordnung habe verstanden danke general wo das war ganz schön brenzlig aber die welt erobern und was hat das alles mit den sternjouwen zu tun das tut gut puh dieses kleid steht mir doch gleich viel besser also stellt zurück das euer ziel ist es also die welt zu erobern korrekt wurde zu diesem zweck angefertigt die welt erobern also dass peach eine frage gefällt dir die welt so wie sie ist es gibt viele probleme auf dieser welt gefällt dir diese welt natürlich mag ich sie auch wenn sie nicht perfekt ist das ist doch klar tatsächlich braucht man die sternjuwele für die oberung der welt was ist dieser legendäre schatz von dem kurzius geredet hat keine antwort möglich beantwortung verboten durch kurzius persönlich aber schon gut zumindest sollte ich mario etwas über diese welt erobern mitteilen tisch kann ich eine e mail schreiben positiv du kannst deine mail schreiben schick sie bitte ab nachricht verschickt prinzessin peach für heute kannst du in dein zimmer zurück na gut gute nacht peach so das war es dann auch mit der heutigen folge von paper mario ich danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal da nah da 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 da